Wofür kann ich eine Muffinform verwenden? Traditionell wird die Muffinform, wie der Name bereits vermuten lässt, zum Backen von Muffins verwendet. Doch das ist noch lange nicht alles. Für welche Geräte eignet sich eine Muffinform? Ursprünglich wurde die Muffinform für die Verwendung im Backofen konzipiert. Wie viel kostet eine Muffinform? Die Preisspanne von Muffins variiert sehr stark nach Größe und Material. Kleine, einzelne Muffinformen aus den verschiedensten Materialien sind bereits ab 1,50 minus 3 Euro erhältlich. Wo kann ich eine Muffinform kaufen? Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten eine Muffinform zu kaufen. Dabei stehen dir diverse Online-Shops wie auch Kaufhäuser. Supermärkte und Fachhändel zur Verfügung. Welche Alternativen gibt es zur Muffinform? Je nachdem was du genau in der Muffinform zubereiten möchtest, kannst du auf verschiedene Alternativen zurückgreifen. Möchtest du Muffins backen, hast aber keine Muffinform? Was zeichnet eine Muffinform aus Silikon aus und was sind ihre Vorteile und Nachteile? Muffinformen aus Silikon zeichnen sich durch ihre hohe Flexibilität aus. Dies ist sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil. Was zeichnet eine Muffinform aus Blech aus und was sind ihre Vorteile und Nachteile? Wenn es um Backformen geht, so stellt Blech das am weitesten verbreitete Material dar. Auch bei Muffinformen wird aufgrund der Widerstandsfähigkeit und dem gleichmäßigen Backergebnis oft auf Blech zurückgegriffen. Was zeichnet eine Muffinform aus Edelstahl aus und was sind ihre Vorteile und Nachteile? Muffinformen aus Edelstahl sind im Vergleich zu jenen aus Blech kratzfest, was zeichnet eine Muffinform aus Papier aus und was sind ihre Vorteile und Nachteile? Im Vergleich zu allen anderen Arten sind Muffinformen aus Papier nicht mehrmals verwendbar, sondern müssen nach dem Gebrauch direkt entsorgt werden. Auch sind diese weniger hitzebeständig als seine Konkurrenten und sind weniger fettdicht, wodurch oftmals Fettflecken auf dem Papier entstehen. Wie voll macht man eine Muffinform? Wie voll du deine Muffinform machen kannst, hängt ganz davon ab, welches Volumen die einzelnen Mulden fassen. Womit soll ich eine Muffinform einfetten? Das Einfetten ist besonders bei Muffinformen aus Blech und Edelstahl wichtig, um ein Ankleben der Muffins zu verhindern. Dafür kann Margarine, Butter oder auch geruchsneutrales Pflanzenöl verwendet werden. Wie reinige ich eine Muffinform? Bei leichten Verschmutzungen kannst du die Muffinform einfach mit ein wenig Spülmittel und warmen Wasser reinigen. Wie kann ich eine Muffinform selber machen? Möchtest du unbedingt Muffins backen, hast aber keine Muffinform zur Hand? Dann kannst du dir in wenigen Schritten eine provisorische Muffinform selber basteln.